Schesslitz ist eine Stadt im oberfränkischen Landkreis Bamberg und liegt am Aufstieg zur Fränkischen Schweiz an der A70 zwischen Bamberg und Bayreuth. Geografie Die Stadt ist umgeben von folgenden Hügeln. Hohe Metze Nachbargemeinden sind Bad Staffelstein, Wattendorf, Stadelhofen, Königsfeld, Litzendorf, Mermelsdorf, Breitengesbach, Zapfendorf und Ebensfeld. Die geschützte Lage dieses Teiggesäts mit den dort zusammenlaufenden Straßen von Heiligenstadt, Hollfeld, Weißmein, Bad Staffelstein, Zapfendorf begünstigte Siedlungen in vorgeschichtlicher Zeit. Im Zuge der Gebietsreform in Bayern wurden zahlreiche umliegende Gemeinden in die Stadt eingemeindet, wodurch sie zur flächengrößten Gemeinde des Landkreises wurde. Geschichte Eine erste urkundliche Erwähnung von Schesslitz im sogenannten Diedenhofener Kapitularkals des Großen von 805 ist fraglich. Schesslitz gehört aber dennoch zu den ältesten Siedlungen im weiten Umkreis und besitzt seit 1230 Stadtrechte. Bentkeramische Relikte in der Kohlstadt weisen auf Siedlungen um 2500 v. chr. hin, der Reisberg bei Burkellern trug eine völkerwanderungszeitliche Befestigungsanlage. Konkrete Hinweise auf die Geschichte der Stadt lassen sich aus dem Kodex Eberhardi entnehmen, in dem verzeichnet ist, dass ein Graf Bernhard und dessen Frau Rat Birk um das Jahr 800 ihre Besitzungen auf der Gemarkung der heutigen Stadt Schesslitz an das Kloster Fulda vermachten. Diesen Hinweis griff die Stadt auf und beging im Jahr 2005 ihr 1200-Stadtjubiläum. Als gesicherter Nachweis für das Bestehen einer Pfarrei Schesslitz gilt die Unterzeichnung eines Protokolls über die Bamberger Synode 1059 durch Arnold de Siesleis. Bedeutung gewann der Ort durch die Aktivitäten der Andex-Mirania, die im Jahr 1178 zu Herzögen aufgestiegen waren. 1230 wurde eine befestigte Burg Herzog Kortos VIII von Andex-Miranien in der Civitas Schesslitz erwähnt. Schesslitz ist damit die älteste Stadt im Landkreis Bamberg. Nach dem Aussterben der männlichen Linie der Andex-Mirania 1248 entbrannte ein jahrelanger Erbstreit, an dessen Ende Schesslitz 1260 an Friedrich I. von Truendingen fiel. Die Grafen von Truendingen verstrickten sich zwischen Ende des XIII und Ende des XIV Jahrhunderts immer wieder in kostspielige Fäden, was schließlich zur Verpfändung an den Bamberger Fürstbischof Lembrecht von Brunn und letztlich 1390 zum endgültigen Erwerb der Stadt und der Graf Schafkich durch das Hochstift Bamberg führte. Lembrecht von Brunn erwies sich als Glücksfall für Schesslitz. Nach den Jahren des Niedergangs unter den verarmten Grafen von Truendingen stärkte der neue Herrscher die Stadt, indem er 1395 Dickersekunden Elisabethenspital stiftete und ihr erweiterte Marktrechte und Fischereirechte am Main zusprach. Die Fischhungel aus dem Wappen des Bischofs im Stadtwappen erinnert an dessen Wirken. Nachdem seit dem mehranischen Erbschaftsstreit Friede geherrscht hatte, fielen um 1390 die Hossiten ins Land und brannten einige Häuser in der Stadt nieder. Es bestand damals zwar bereits eine Stadtmauer, doch es wird vermutet, dass sie aus Holz bestand und kein hinreichendes Hindernis darstellte. Der Bauernkrieg von 1525 schien im Schesslitzer Land zunächst glimpflich abzulaufen. Die aufständischen Bauern konnten im Mai in Verhandlungen mit dem Fürstbischof Walgan von Redwitz Zugeständnisse bei der Zehnbemessung erreichen. Dieser Gnadenerlass war jedoch hinfällig, nachdem die Bauern die Giechburg gestürmt und verwüstet hatten, sich letztlich aber doch geschlagen geben mussten. Der Fürstbischof strafte die Aufrührer und legte der Stadt immense Kosten für den Wiederaufbau der Burg auf. Während des Dreißigjährigen Krieges brannten 1633 die Schweden vor allem die untere Stadt und einige vorgelagerte Ansiedlungen nieder. Straßennamen wie Kohlstadt und Brand weisen auf diese Zerstörungen hin. Die Stadt Schesslitz war Obervogtamt des Hochstifts Bamberg. Seit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 gehört der Ort wie weite Teile Frankens zu Bayern. Vor allem in den heutigen Stadtteilen Schesslitz, Demmelsdorf und Zelkendorf waren seit jeher jüdische Familien ansässig, die zeitweilig mit 60 Prozent die Mehrheit der Bevölkerung bildeten. Sie wurden durch die antisemitische NS-Gewaltherrschaft in die Emigration getrieben oder in der Shoah umgebracht. Seit 1991 erinnert ein Gedenkstein an der Staatsstraße zwischen Demmelsdorf und Zelkendorf an 44 namentlich genannte jüdische Opfer. In Marians Topografia Frankunje wird Schesslitz folgendermaßen charakterisiert. Zwo Meilen von Bamberg und Selpijem Stift gehörig nahen Ebelsfeld, A. Rolfstein, Kaltenhaus, Steyn, Krogelstadl und Waterdorf gelegen ein Städtlein, A. M. P. T. und Schloss so seinen besonderen Namen hat. An 1395 hat Bischof Lembrecht zu Bamberg das Spital Allhie gestiftet und gebaut, wie in der kleinen bambergischen Kalender Chronic steht. In seinem Reiseführer über Bamberg und Umgebung aus der Zeit um das Jahr 1912 beschreibt der Verfasser Dietrich am Ende auch die Stadt Schesslitz. Ursprünglich eine Slavische-Besiedlung wird Schesslitz bereits 805 geschichtlich genannt und schon 1062 als Opidum bezeichnet. Heute ist das malerische Städtchen mit seinen vortrefflichen Gastwirtschaften ein beliebter Ausflugsort der Bamberger, Nürnberger und Coburger. Sehenswert ist die Pfarrkirche, eine gotische Hallenkirche mit interessanten Grabsteinen von 1360, 1569 und 1570. Die 1780 erbaute Hospitalkirche mit dem 1739-74 erbauten Pfründnergebäude, das im Giebelfeld ein schönes Relief von dem Bamberger Bildhauer-Golwitzer zeigt, Das Dillische Haus mit prächtigen Holzschnitzereien von 1612, das Kriegerdenkmal ITC. Auf dem Friedhof befindet sich eine hervorragend schönes Steinbild der HL. Jungfrau von 1450 aus der Sankt-Martinskirche zu Bamberg stammend. Zitat aus Pira S. Universal Lexikon Schesslitz 1 Landgericht im Bayerischen Kreise Oberfranken 4,6 QM 15,000 EW 2 Hauptstadt darin an der Schesslitz, welche links in den Main fließt, Sitz des Landgerichtshospital Obstbau U. Am 1. Mai 1978 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Ndemelzdorf, Erl, Gich, Ludwag, Neudorf bei Schesslitz, Peulendorf, Schweißdorf, Stübig, Weichenwasserlos, Windeletten, Würgau und Zettendorf sowie Teile der aufgelösten Gemeinde Hohenhäusling eingegliedert. Jeweils am Tag der Volkszählung bzw. am 31. Dezember hatte Schesslitz folgende Einwohnerzahlen. Politik Der erste Bürgermeister der Stadt Schesslitz ist seit 2014 Roland Kauper, der mit 63,02% der Stimmen gewählt wurde und bereits seit 1991 als zweiter Bürgermeister fungierte. Sein Vorgänger war seit 1984 Franz Zenk, der zuletzt 2008 mit 83,57% der Stimmen wiedergewählt wurde. Die Stadtratswahlen der Jahre 2002, 2008 und 2014 hatten folgendes Ergebnis. Das Wappen der Stadt Schesslitz zeigt über einer durchgehenden Silbernenz in den Mauer gespalten von Gold und Silber vorne ein mit einer silbernen, schrägleiste überdeckter, rot bewährter schwarzen Löwen, hinten eine aufrechter rote Fischhangel. Der Löwe erinnert an das Hochstift Bamberg. Seit dem 16. Jahrhundert erscheint die Spaltlinie. Die Fischhungel stammt aus dem Familienwappen des Bamberger Bischofs Lembrecht von Brunn. Die Mauer stellt die Stadtbefestigung dar. Kultur und Sehenswürdigkeiten, Bauwerke siehe auch, Wirtschaft und Infrastruktur. Straßenverkehr Schesslitz liegt direkt an der Bundesstraße 22 der ehemaligen Reichsstraße Rottendorf-Weiden, die von Rottendorf bei Würzburg nach Kamm in der Oberpfalz führt. Außerdem hat die Stadt in unmittelbarer Nähe eine Anbindung an die Bundesautobahn 70, die von Bamberg nach Bayreuth führt. Die einstige Bahnstrecke Bamberg-Schesslitz, das sogenannte Schäzerbock-Eller wurde am 31. Mai 1985 stillgelegt. Heute wird der Bahndamm meist als Radweg genutzt oder ist durch das Autobahnkreuz Bamberg der A70-A73 überbaut. Eine vorgesehene Zugverbindung zwischen Schesslitz und Hollfeld wurde im Jahr 1906 nach umfangreichen Vorarbeiten wieder eingestellt, da beide Orte aus politischen Gründen das Projekt scheitern ließen. Der Grund waren aber nicht die hohen Baukosten, sondern dass beide Städte den Status einer Endstation behaupteten. Die vier diskutierten Varianten eine Bahnlinie auf den fränkischen Jura zu führen waren, über Würgau und Königsfeld, durch das Burglesauertal über Steinfeld und Königsfeld, von Memmelsdorf über Litzendorf, Tiefenellern und Königsfeld, von Gundelsheim über Melkendorf, Herzogenreuth und Königsfeld. Die von den Planern bevorzugte Linie wäre von Schesslitz in Richtung Würgau verlaufen und hätte dann nach links am schlappen Reuterberg in den Jura hochgeführt. Durch das Burglesauertal wäre die Bahn dann über Gräfenhäusling nach Steinfeld gelangt, um schließlich durch die Täler von Wiesend und Aufsess über Königsfeld die Stadt Hollfeld zu erreichen. Bei Demmelsdorf wurde bereits eine Schneise durch das Würgauer Herrnholz geschlagen und ein neuer Kanalhafen diskutiert, um Erze aus dem Jura-Gebirge umschlagen zu können. Nach 1918 wurden die Bemühungen zum Bau der Jura-Bahn zwar wieder aufgenommen, doch 1920 gab das Reichsverkehrsministerium bekannt, dass angesichts der schlechten Wirtschaftslage vom Bau neuer Bahnstrecken zunächst abgesehen werden müsse. Im Jahr 1930 wurde eine Postbuslinie von Bamberg über Schesslitz und Hollfeld nach Bayreuth eröffnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg siedelten sich in Schesslitz verschiedene Firmen an. VdM, dann Cebal, danach Alkan, anschließend Riotinto Alkan, nun Albi Deutschland, Milchhof Albert, Bilok. Insgesamt bietet Schesslitz Arbeitsplätze für etwa 2000 Personen. Im Stadtgebiet gibt es drei Brauereien. Die Brauerei Dreikronen in Schesslitz, die Brauerei HOH in Kürtensdorf und die Brauerei Hartmann in Würgau. Eine der ältesten Brauereien der Welt, die Zeugelstube Dreikronen von 1308 in Straßgiech braut das Bier in Schneid im Landkreis Folchheim, das in der Gaststätte getrunken werden kann. Die Schmidtbräu wurde 2001 nach 154 Jahren Brautätigkeit stillgelegt. Die Brauerei Badsänger in Schesslitz stellte den Braubetrieb 2012 ein. Bis in die 1990er Jahre produzierte die Brauerei Ellertal in Stübig. Windpark Neudorf Der 2011 errichtete Windpark Neudorf befindet sich rund einen halben Kilometer östlich von Neudorf und besteht aus drei Windkraftanlagen des Typs Nortec N100-2500. Eine Turbine steht auf dem Gebiet der Gemeinde Königsfeld. Die Anlagen verfügen über eine Nennleistung von jeweils 2500 Kilowatt, einen Rotordurchmesser von 100 Metern und sind auf einem 140 Meter hohen Hybridturm platziert, der bis zu einer Höhe von 85 Metern aus Beton sowie einem darauf aufgesetzten 55 Meter langen Stahlrohrstück besteht. Mit einer Gesamthöhe von 190 Metern zählen sie damit zu den derzeit höchsten Windkraftanlagen in Bayern. Für das Fundament wurden pro Turm 660 Kubikmeter Beton mit 80 T-Stahlbewährung, für jeden Turm 760 Kubikmeter Beton mit 60 T-Stahlbewährung verwendet. Betrieben wird der Windpark von der Düsseldorfer Firma Naturstrom AG. Die Ertragsprognose liegt nach Angabe des Betreibers bei einer elektrischen Arbeit von rund 13,5 Millionen kWh, was dem Jahresverbrauch von etwa 4.500 Haushalten entspricht. In der Gemarkung von Würgau befindet sich der Windpark Würgau, der aus zwei Windkraftanlagen des Typs Vestas V 112 minus 3,0 Megawatt besteht. Die Anlagen verfügen über eine Nennleistung von jeweils 3000 Kilowatt, eine Nabenhöhe von 140 Metern und einen Rotordurchmesser von 112 Metern, sind insgesamt also 196 Meter hoch. Laut dem Betreiber der Erlanger Stadtwerke sollen sie 11,5 Millionen kWh elektrischen Strom erzeugen. Öffentliche Einrichtungen Dienststelle des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forstenbamberg. Folgende Ortschaften haben eine eigene freiwillige Feuerwehr. Persönlichkeiten Ehrenbürger Matthäus Kirchner, deutscher Missionar in Afrika und Mitglied des Deutschen Reichstags. Nach Geburtsjahr geordnet Hans Zeiss, Schumacher und Ratsherr in Schesslitz hinterließ ein Hausbuch, das in zwei verschiedenen Ausgaben vorliegt. Johann Georg Engelhardt, Präsident der Ständeversammlung des Großherzogtums Frankfurt, Friedrich Karl Burkatt, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, Franz von Renecker, Arzt, Andreas Freitag, Reichstags- und Landtagsabgeordneter, David Bankier, israelischer Historiker, Peter Oppelt, Gynäkologe in Linz, Karolala Jung, Journalistin, Fernseh- und Radiomoderatorin, Markus Vollner, Profifußballer.